Hallo meine Lieben, das Thema dieser Sendung ist nicht so einfach zu erklären. Ich muss ein bisschen ausholen, gebt mir eine Päre Chance, ihr werdet sehen, es lohnt sich, sich die Sendung anzuhören. Es gibt eine Geistesdisziplin, die nennt sich Vergleichende Geschichte. Und man könnte das so ganz pauschal zusammenpassen auf den Grundgedanken, dass es bestimmte Dinge gibt, die wiederholen sich. Und dass es bestimmte Dinge historisch schon mal gegeben hat, die kommen dann ein paar hundert Jahre irgendwie später wieder. In ähnlicher Form so. Natürlich verändert sich die Technik, wobei man auch das nicht so pauschal sagen kann. Es gab auch schon Epochen, wo die Menschheit wieder Technologie und Wissen verloren hat. Aber sagen wir mal, es gibt schon so eine Art Aufschwung. So auf die letzten 2000 Jahre gesehen haben wir uns irgendwie weiterentwickelt. Aber wie gesagt, bestimmte geistige Dinge, weil das, worüber sich der Mensch am liebsten und am meisten streitet, sind Ideologien, Religion und solche Sachen. Über Fragen der Physik und Technik und wie baut man eine gute Straße oder sowas, das ist gar nicht so problematisch. Ich gebe euch mal ein paar kurze Beispiele, was ich meine. Also sagen wir mal, sowas wie den Kommunismus gab es in ähnlicher Form auch schon mal bei der katholischen Kirche bei diesen Ritterorten. Das habe ich ja in meinem Geopolitikerbuch auch schon erzählt. Die hatten jetzt natürlich keine Ideologie oder so, aber es war so eine Askese, ein Verzicht, eine Barmherzigkeit und so weiter in der Lehre Jesu. Aber letzten Endes lief es auf was ähnliches hinaus. Und du hattest auch bei den Inkas, die hatten ja so die perfekte Planwirtschaft. Bei denen war ja alles durchorganisiert. Die waren so, wie man sich so den übelsten Mauerkommunismus in den 50er Jahren vorstellt. Es gab halt den Inka, der war der Gott und dann gab es noch ein paar Würdenträger. Und das Ganze war in so einer Pyramide organisiert, einer kleinen Indio. Der hatte einfach nur zu arbeiten, das war genau geregelt, was er machen musste. Aber dafür kannten die Inkas das Wort Hunger, bevor die Spanier kamen, nicht. Ist so. Und ich habe mal hier ein besonderes Beispiel. Da ihr ja den Titel der Sendung kennt, werdet ihr auch schon wissen, worauf es denn ausläuft. Aber lasst es mal auf euch wirken. Es gab ja in Deutschland die Reformation mit Luther. Es ging ja von Deutschland aus. Aber es gab durchaus auch innerhalb der protestantischen Bewegung verschiedene Glaubensrichtungen, Philosophien, Ansatzweisen mit dieser neuen Lehre umzugehen. Während es halt bei den Katholiken oder sagen wir mal bis zur Reformation so war, dass irgendwie die Kirche die Religion interpretiert hat für die Gläubigen, wurde es halt nach der Übersetzung der Bibel, war irgendwie jeder sein eigener Priester. Und die Auslegung der Texte, also sozusagen die Texte der Bibel erlangten eine gewisse Heiligkeit. Es gab in der Schweiz, in der Stadt Genf, einen Führer, der hieß Calvin. Und der hat eine Lehre entwickelt, die klingt im ersten Moment ein bisschen absurd. Er ging davon aus, dass alles auf der Welt vorgezeichnet ist. Sowohl, ob du ein guter Mensch bist und in den Himmel kommst, wie auch, ob du ein schlechter Mensch bist und eher in die Hölle kommst und so weiter. Das alles stand schon fest, Gott hatte das gefügt. Und jetzt könnte man ja meinen, dass diese Lehre bei Menschen bewirkt, dass sie irgendwie hängig werden, weil sie ja sowieso in Wahrheit keinen freien Willen haben. Und es ja sowieso vorgezeichnet ist. Also sie brauchen sich gar nicht anzustrengen. Gott hat das schon für sie entschieden. Aber paradoxerweise passierte das Gegenteil. Die Leute wurden irgendwie strebsam und wollten unbedingt an sich beweisen, dass sie irgendwelche Zeichen der Gnade Gottes an sich haben. Und das Ganze wurde auf eine gewisse Art und Weise zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Es drehte sich fortan nur noch um diese Religion und dass man sich irgendwie ständig in Sorge war, dass man irgendwas an sich hat, was vielleicht nicht ein Erkennungsmerkmal der Außerwählten ist. Und dafür hat man sich richtig angestrengt. Das war auch so eine Art Immunsystem gegen alle außenstehenden Einflüsse. Das war alles Teufelszeug. Man hat irgendwelche Sonderleistungen freiwillig vollbracht. Man hat irgendwie asketisch gelebt. Man war besonders standhaft. Und selbst wenn man verfolgt wurde, dann galt auch das als ein Merkmal einer besonders hohen Tugend und ein Erkennungszeichen für die eigene Erwähltheit von Gott. Also es war irgendwie cool, ein Märtyrer zu sein. Im Endeffekt waren die Calvinisten so eine Art Wannabe-Elite der Tugendhaften. Sie fühlten sich so als Gemeinschaft der heiligen und besseren Menschen, die von Gott gesegnet sind. Und sogar Verfolgung durch irgendwelche anderen Religionen, wie die Katholiken oder sowas, stärkten im Endeffekt nur den Eifer dieser Gruppe. Calvin hatte viele Merkmale, die heute irgendwelche Ayatollahs im Iran haben. Er war der Oberausleger dieser Texte. Sein Staat war ein Gottesstaat sozusagen. Es gab wirklich so ein Gremium unter ihm von irgendwelchen Religionsgelehrten, die haben die Bibel und die Texte interpretiert. Daraus wuchs so eine Art Theokratie, eine politische Theokratie. Es war im Endeffekt ein Staat, der komplett gesteuert wurde durch eine religiöse Vorstellung. Und der Calvinismus wurde auch zum Vorbild entsprechender Bewegung in Großbritannien und vor allem in den USA, aber auch in Holland und irgendwelchen anderen Teilen Europas. Ich passe das jetzt nochmal zusammen. Also das letzte Gesetz ist die Bibel. Nur die Bibel ist wichtig. Alles andere ist Schwurbel. Der Gottesdienst wurde irgendwann Pflicht. Also, dass du nicht in die Kirche gehst, ist zwar völlig unmöglich. Und das Gesetz, könnte man sagen, war die Tugend. Tugendhaft zu sein, das war das Maß aller Dinge. Glücksspiel wurde irgendwann verboten, Musik war verboten, Tanz war verboten, irgendwelcher Sexismus, Unzucht, Prostitution, sonst war alles verboten. Pflichterfüllung, Sittenreinheit und Askese durch Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit war der ganze Sinn des Lebens. Und Reichtum wurde absurderweise zu einem Zeichen dafür, dass Gott dich liebt. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, um dir den Unterschied zwischen einer Autokratie und einem Gottesstaat zu erklären. Nehmen wir ganz plott. Russland und China sind Autokratie. Das ist ein weit gefasster Begriff. Und im Gegensatz dazu sind zum Beispiel der Iran oder Saudi-Arabien Theokratie. Jetzt musst du so überlegen. Wenn du in Russland schwul bist, das ist nicht gerne gesehen. Aber du wirst auch nicht verfolgt vom Staat. Niemand wird dich ins Gefängnis stecken oder umbringen dafür. In China ist es so ähnlich. Wenn du aber im Iran schwul bist und du Pech hast, dann kann es passieren, dass du gehängt wirst. Das gibt jedes Jahr, also es ist jetzt nicht so, dass die alle schwulen umbringen, aber wenn du bei irgendwas total mies erwischt wirst, mit heruntergelassenen Hosen beim Schwulsein, dann kann es leicht passieren, dass du original gehängt wirst. Und in Saudi-Arabien hast du ja dieses Ding. Du musst dir vorstellen, sowohl in Russland als auch in China würden irgendwelche westlichen Feministinnen sagen, ist die Rolle der Frau noch rückständig. Aber im Iran muss sie ja Schleier tragen. Und in Saudi-Arabien darf sie ja nicht mal das Haus verlassen und durfte sie bis vor kurzem auch gar kein Auto fahren. Der Punkt ist, es gibt halt in der Autokratie die Vorstellung, der Herrscher will, dass du gehäust, er will, dass du arbeitest und so weiter. Aber was du genau im Privaten machst, das interessiert dich nicht so sehr. Aber in einem Gottesstaat, da will man ja in dein Leben hinein regulieren. Wenn es jetzt irgendwie ein Mensch in Saudi-Arabien gäbe, ein Mann, der sagt, ja, ich will, dass meine Frau die gleichen Rechte hat wie ich, das geht nicht. Der würde Ärger kriegen. Und genauso würde ein Iraner, der sagen würde, ja, wieso muss meine Frau eigentlich Schleier tragen, ich finde das voll doof. Der würde auch irgendwie Ärger kriegen. Ob man jetzt gleich irgendwie hinrichten würde, das glaube ich eher weniger, aber es wäre nicht gerne gesehen. Er wäre auch einer sozialen Ausgrenzung ausgesetzt. Und das, wie gesagt, würde er in einer Diktatur, also in einer Autokratie, sagen wir mal diplomatisch, würde er das nicht wirklich. Man würde halt denken, ja, okay, Spinner, weiß der Geier, mach deine Arbeit, halt die Presse, lass da nicht über den Staat und dann ist schon alles klar. Jetzt musst du Folgendes bedenken. Das ist auch wieder so eine grenzwertige Theorie, bitte regt euch nicht auf. Nehmt es einfach zur Kenntnis. Deutschland ist durch die Reformationskriege und dadurch, dass damals zum Beispiel irgendwelche Fürsten selber entscheiden konnten, bin ich katholisch, bin ich evangelisch. Es gab wirklich mal so eine Regel, dass wenn der Fürst aus unabhängigen Gründen, sagen wir mal, vom Katholizismus zum Protestantismus gewechselt ist, dann musste die ganze Bevölkerung mit wechseln. Das ist so, das war so eine Zeit. Also Deutschland ist ein konfessioneller Flickenteppich, wobei natürlich schon die Katholiken eher im Süden sind und die Protestanten im Norden, aber trotzdem gibt es da so Fragmentierungen und auch wirklich sehr kleinteilige Fragmentierungen in manchen Teilen von Deutschland. Das, was ich jetzt sage, ist völlig wertpartei. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen der Religion im 15. Jahrhundert und welchen Parteien heute gewählt werden. Sagen wir mal, dort, wo die eher katholische Bevölkerung Deutschlands ist, dort wird viel die CDU gewählt oder die CSU, diese christlich-demokratischen oder sozialen Parteien. Dort, wo die Protestanten waren oder sind, dort wird viel SPD gewählt oder irgendwelche linken Parteien. Dann wiederum gibt es aber auch sowas wie grüne Hochburgen. Sagen wir mal, in Frankfurt ist das Rudolf-Steiner-Haus. Und die Waldorfschule ist ja auch 30 Kilometer südlich von der Stadt. Frankfurt hat eine starke grüne Community. Und so was wie die Frankfurter Schule und diese ganzen Philosophen. Das ist kein Zufall, dass die gerade von hier kommen. Und dass die anthroposophische Gesellschaft und so weiter hier im Rhein-Main-Gebiet stark war. Das ist halt so. Das ist historisch so gewachsen. Und genauso hast du bestimmte Regionen, wo, sagen wir mal, der Aufstieg der Rechten während der Weimarer Republik begann. Und genauso gab es auch, ich wette, das wissen die meisten von euch gar nicht. Die AfD hat ihre ersten Wahlerfolge gefeiert irgendwo so in Nord-Baden-Württemberg. In so ganz bestimmten Regionen. Dort hat sie ihren Ursprung genommen. Und von dort aus hat sie sich über ganz Deutschland verbreitet. Und es war auch im Dritten Reich durchaus so, dass zum Beispiel Hitler manche Regionen von Deutschland nicht mochte. Weil er irgendwie das Gefühl hatte, also er mochte zum Beispiel Bayern, er fand München ganz toll. Frankfurt hat der Geist, da ist er nie gerne gewesen. Und so weiter. Die Frankfurter mochte er nicht. Weil er schon wusste, warum er sie nicht mag. Und dann hat sich ja halt dieser Puritanismus im Laufe der Jahrhunderte immer weiterentwickelt. Also im Endeffekt gibt es ein paar Grundregeln. Ich möchte nochmal rekapitulieren. Kein Luxus, sondern Verzicht. Kein Müßiggang, arbeiten. Sport ist verboten. Sowas wie Theater und Unterhaltung ist tendenziell eher verboten. Der Gottesdienst ist Pflicht, habe ich ja schon gesagt. Die Hauptbeschäftigung in der Freizeit über Jahrhunderte war für Menschen das Lesen der Bibel. Nichts anderes. Das heißt ja auch in manchen hardcore islamischen Ländern, dass die ja alle irgendwie den Koran 33 Mal durchgelesen haben. Und ihn immer wieder lesen. Und dann, ganz wichtig, keine Zeit mit etwas Nutzlosem verschwenden. Auf keinen Fall. Eine fast schon masochistische Selbstdisziplin. Und auf dieser Grundlage. Das mündete in die kapitalistische Arbeitsethik des frühen Kapitalismus. In Wahrheit nahm der seinen Ursprung bei den Angelsachsen. Überleg mal, wie viele Elemente von dem, was ich eben geschildert habe, es heute in der Vogue-Bewegung gibt. In gewisser Weise ist die Vogue-Bewegung ein Revival von diesem Puritanismus. Das ist nicht der Protestantismus an sich. Es gibt speziell diese Puritaner. Die gab es, wie gesagt, in der Schweiz. Die verbreiteten sich nach Großbritannien und in die USA. Und sie prägen den Geist der USA bis heute. Und jetzt musst du überlegen, wo hat die Vogue-Bewegung ihren Anfang genommen? In irgendwelchen Universitäten im angloamerikanischen Raum. Sie hat unglaublich viele von diesen Elementen heute wieder reaktiviert. Sie sind so ein bisschen umgedeutet worden. Heute heißt es nicht mehr, lies den ganzen Tag die Bibel. Die Bibel ist das Gesetz. Heute ist ja die Wissenschaft das Gesetz. Wobei ja die Wissenschaft plötzlich dogmatisch geworden ist. Also es gibt so bestimmte Wissenschaftler, denen hören wir zu. Und allen anderen hören wir nicht mehr zu. Das ist irgendwie Teil dieser Medienethik heute. Zum Schluss ein ganz wichtiger Punkt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Vogue genauso wie die Puritaner in ihrem schlimmsten Gottesstaat waren. Es hat ja erst gestartet. Die puritanische Bewegung hat ja Jahrhunderte gebraucht, um sich auszubreiten. Sagen wir mal, Vogue erlebt heute einen starken Gegenwind. Aber es gibt auch irgendwelche Artikel, die ich gelesen habe in letzter Zeit, dass die letzte Generation auch so einen Opferkult hat. Dass es zum Beispiel cool ist, bei denen bist du wer, wenn du dich immer krasser und immer dreißiger irgendwo festklebst, wenn du die Grenzen des zivilen Ungehorsams immer weiter ausreizt und wenn du auch dick im Gefängnis sitzt. Wenn du nicht im Knast warst, das hast du ja auch bei irgendwelchen bedeutenden russischen Schriftstellern, wenn du nicht im Knast warst, dann bist du in Russland kein bedeutender Intellektueller. Du musst dich mindestens einmal dick mit dem Staat angelegt und ein paar Jahre abgebrummt haben, dann bist du ja. Und so ähnlich ist es bei der Klimabewegung auch. Deswegen hat auch die Polizei, das ist meine Meinung, das interpretiere ich so, die haben aufgehört, die letzte Generation irgendwie hart anzufassen. Die wollen einfach nur, dass die Bevölkerung irgendwann komplett keinen Bock mehr hat. Das tut ja auch schon teilweise ein. Und auch die Medien, wenn die jetzt noch darüber berichten, was sie ja gerne tun, sie sind ja ideologisch auf einer Linie mit dieser Bewegung, dann liest aber keiner, keiner klickt drauf und so weiter. Das wiederum zwingt sie, die Berichterstattung zu ändern. Das heißt, anstatt, dass man diese Bewegung irgendwie wegbrutalisieren will, versucht man sie einfach abzumoderieren. Wenn der Staat jetzt mit so richtigen brutalen Mitteln vorgehen würde gegen die letzte Generation, dann würde das irgendwelche Leute in der, sagen wir mal so, aus dieser Bookbubble auch irgendwie mobilisieren, sich anzuschließen. Das nicht im Sinne des Verfinders. Manchmal ist es besser, etwas auszutrocknen, als irgendwie zu versuchen, das zu brechen. Ja, das ist das. Und warum habe ich jetzt diese Sendung gemacht, wirst du dich vielleicht fragen. Und was würde ich dir eigentlich damit sagen? Ich wollte, dass du einfach nur die Mentalität der Bookbewegung, wie gesagt, die ja sehr stark geprägt ist, durch diesen kalbinistischen Geist verstehst, weil im Endeffekt viel ist. Was du da in der Bookbewegung befremdlich findest. Und was dich irgendwie verwirrt oder dich vielleicht sogar beunruhigt. Angst hat man vor Dingen, die man nicht kennt. Wenn man es einmal verstanden hat, wie die Ticken im Kopf, dann weiß man auch, wie man mit ihnen umgehen muss. Und was man mit ihnen nicht macht. Man sollte sie nicht verfolgen. Und deswegen mache ich auch keine Sendungen mehr über Klimadeppen. Und ich habe, glaube ich, sogar meine Klimadeppen-Sendungen gelöscht. Lassen wir sie einfach. Wenn sie kleben wollen, sollen sie kleben. Wenn irgendwie die Politiker in Berlin und Hamburg und diesen ganzen, sagen wir mal eher links geprägten Regionen in Deutschland, meinen, dass sie ihre Bürger damit irgendwie behältigen müssen, und das muss jetzt halt so sein, dann ist das halt so. Aber die werden auch okay. Ich verweise euch zum Abschluss auf die geflügelten Worte des großen deutschen Philosophen Helmut Kohl. Der hat damals gesagt, ich sehe dem mit Gelassenheit entgegen und alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Macht's gut, liebe Zuschauer. Macht's gut.